Wow, 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 wo bin ich hier runter geflogen? Wo bin ich hier runter geflogen? Hier war ja noch nie einer. Ah, fuck! Ich hab das nie ausgeleuchtet, aber das eine so eine Stelle... Das wird mein Ende sein, das wird mein Ende sein, das wird mein Ende sein, das ist mein Ende. Das eine so eine... Willkommen zurück zu einer weiteren Folge MathemunEnergy. Baluji ist gefangen in der Mesa und wir wollen ihm jetzt Hilfe eilen. Nur vorher hab ich mir noch etwas Urikalkum gemacht, weil man daraus tolle Sachen machen kann. Einswert. Und ich bin nicht gefangen, du Arsch. Du kommst aber nicht mehr raus. Du hast gerade gesagt, oh bitte, helf mir, ich komm mir nicht raus, nein, nein. Wir sind Dirtcreeper und ein Uzi-Penner. Jetzt hab ich Urikalkum-Ausrüstung gut und fünf Ingits hab ich auch noch davon. Haben wir eigentlich irgendwelche coolen Ingits, wo aus man sich noch coolere Rüstung machen könnte, die besser wäre, als die, die ich habe? Oh, Mäh-Täuben. Das ist tot, hehehe. Das nicht. Nein, du Arsch! Gutes Bronze. Schlechter als Eisen, okay. Bleib ich mal bei der Rüstung, die ich jetzt habe? Oder haben wir noch irgendwelche coolen Chestplates? Silber, Bronze und Copper haben wir. Nee, Silber ist wahrscheinlich schlechter als Eisen, oder? Ja, gut. Oh, ich hab ne Kiste gefunden. Kiste ist Clay drin. Fünf Stück. Ich hab jetzt fast genug. Aber noch nicht genug. Fast. Ich komm jetzt noch runter. Ich hab schon mal anfangen. Ich hab 82. Ich hab sechs. Fünf. Ich hab auch Fackeln noch. Ich komm jetzt mal wieder runter zu dir. Bist wahrscheinlich hier runter auch, ne? Mein Gold-Dings ist kaputt gegangen. Wo bist denn du hier? Ich bin links rum gegangen. Wo es noch nicht erkundet war. Ist noch nichts wirklich erkundet. Ja, aber hier war noch nichts nichts erkundet, weißt du? Ah, ich wollte noch mal der Dirtkeeper-Spur, das war's bestimmt du. Ja, hallo, Noda, hab ich seh' dich schon. Man, dieses Schwert ist nicht für zaubert, das ist voll schlecht. Geh' wie, wie, Tin. Ich nehm' das mal mit, einfach zur Sicherheit, dass wir wieder Tin haben. Ja, falls wir nochmal Tin brauchen, ja. Ich geh' da noch ziemlich weit runter. Bist ja schon mal unten gewesen. Ich so außer wäre es da auszuleuchtet und alles wäre tot. Nichts mehr würde da auf dem anderen, kein Stein würde auf dem anderen stehen. Ich hab' alles geplättet. Mhm. Mit einem Fingerschnips. Sieht nämlich ziemlich gefährlich da unten aus. Äh, du hast kaum noch Rüstung an, die ist größtenteils kaputt. Oh, das ist nicht so gut. Au, au, au. Nein, 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 Noda! Tut mir leid. Du hast dich fast getötet, Junge. Zum Glück nur fast, das war keine Absicht. Da oben ist ein Grabstein. Was? Hä? Was? Kommt der da her. Du willst du mal, was da draufsteht? Grave. Ja, hier oben steht ein Name drauf. The Noda. Was? Bin ich hier gestanden. Bin ich hier reingegangen und gestorben irgendwann? Ich kann mich nicht dran erinnern. Hast du irgendwas auf Screen gemacht? Nee, ich hab die Welt noch nie geladen gehabt. Nee, eigentlich nicht. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich auch. Und das nicht zu knack. Weil mich das echt... Ich hab keinen Plan. Da war jetzt aber auch nichts wirklich drin in diesem Grabstein. Nee. Bin ich letzte Folge... Nein, ich bin doch nicht letzte Folge gestorben. Nein, bist du nicht. Ausnahmsweise. Ist ja nicht. Also, keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Wir müssen glaube ich runter irgendwo. Kann das sein? Ja, irgendwo müssen wir aber langsam runtergehen. Hier ist Clay auf jeden Fall wieder. Da würde ich jetzt gerne zuerst hin. Hanglider los. Das hat ja gut funktioniert. Nicht sterben. Fuh ich nicht. So, eigentlich ein Skelett wieder. Das schieß ich jetzt meinen Bogen ab. Wieso hat der immer so... Ich will auch einen Hanglider. Manu. Nein, der letzte Feier hat ihn nicht erwischt. Scheiße. Die, 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 die. Hä? Wieso ist das Skelett jetzt gestorben? Oder schade? Ach, weil ein anderes Skelett auf uns geschossen hat. Erdnens Skelett ist auch tot. Ich baue mal den Clay ab, ja? Nein, warte, warte. Ich habe schon fast genug. Gib mir den. Also, wobei. Du kannst mir den jetzt auch geben, wenn du den abgebaut hast. Ja. Da ist, glaube ich, einer aggressiv auf dich. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Tu was, tu was, tu was. Äh. Scheiße. Ich weiß aber nicht, warum die aggressiv waren. Schwör. Schwör. Was sind das für Endermen? Wie heißen die? Nervige Endermen sind das. Wir wissen, wie du heißt, Endermen. Aber dich nicht angucken. Oh, darf ich deine Schuhe angucken? Mirage Endermen. Die gucken, äh, die werden auch aggressiv, wenn du sie nur durch eine Berührung anschaust, glaube ich, wenn du so schräg zu ihnen guckst, weißt du? Ja, ich würde gerne hier raus. Wir haben genug. Lass uns raus. Ich würde die gerne töten, weil wegen... Ja, ja, töte sie. Haben wir genug, sicher? Ich habe 17. Endermen tot. Ich habe 17. Ja, ich habe jetzt gleich komplett genug. Da ist er wieder, 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 da ist er wieder. Ich bin so tot. Ich töte ihn, ich töte ihn. Er ist tot, er ist tot. Ihr habt ihn getötet. Wirklich? Ja, schwöre. Ja, ich habe gerade einen aggressiven Enderman getötet, also ich denke mal, dass das... finds so, die Clayquest ist auch abgegeben. Wo ist die? Ach da. We were testing the range of wireless connections in underlayers of clay for a new design of an AE facility under a mesa. Turns out the clay has no effect. There should be tons of them down there still in the simulated mesa. Ganz unten finden wir ganz viel von diesen Wireless Boostern. Na super. Irgendwo so ein Ort, wo man... Bei Louis, siehst du, da ist Licht. Siehst du das? Ja, so halb. Wobei, da kommen wir nicht... Hast du ein Wasser einmal zufällig dabei? Nee, aber ich muss eh zurück, weil ich nämlich kein Essen mehr habe. Ich muss raus hier. Ich habe noch ein bisschen was, dann gehe ich da jetzt runter mit dem Hanggleiter, vorsichtig. Vorsichtig! Überleb mir, Loda, komm rein, jetzt zurück. Was? Spawner? Ja, nicht zu knapp. Und normale Kyper, was? Und ein Dirt Creeper, nein! Ich bin so tot. Nein, ich bin nicht tot, aber ein Dirt Creeper ist mitten in allem hier hochgegangen. Aber es ist gar nicht so unpassend, gerade, weil dadurch ich mehr Zeit und so habe. Hier ist blaue Wolle vom Victory Monument. Yes. Das Victory Monument. Mehr Platz und Zeit, Sachen auszuleuschen, weil ich kann mich jetzt auf eine Richtung konzentrieren. War alles geplant mit dem Dirt Creeper. Ja, ja, du mich auch. Warum sporn ich nur Desert Spiders? Ich verstehe das nicht. Weil die gefährlicher sind? Also ich soll den Eimer Wasser mitnehmen. Hast du hier einen Backen... Wasser? Water? Water? In dem System ist ganz viel Eimer auf jeden Fall. Ja, Eimer sind drin. Aber ich brauche auch jetzt was zu essen. Ähm... Ich denke, ich gehe mal eben... Runter. Ich habe noch ein paar Melonen, aber die sind halt fast alle jetzt. Nein! Nein! Oh, er hat mich in Sicherheit geschubst, der Creeper. Oh, wie nett von ihm. Ja, er ist explodiert. Schreib mir mal eine Dankeskarte. Vielen Dank, lieber Creeper. Sie sind für mich gestorben. Wo hast du denn die Sugarcane? Ach, die hast du an... An... Unloaded wahrscheinlich. Also hier ist fast alles noch eine geblieben. Oh, es sind eine Menge Rewardbags und alles. In den Kisten. Och, Noda, du hast alles durcheinander gebracht. Gar nicht wahr, warum? Natürlich. Die, ähm... In der Sugarcane-Farm war die Obsidian-Farm drin. Ich sag doch, man muss aufpassen. Man muss keine Währung hier sein. Man muss halt aufpassen, wie der den Scheiß macht. So, wo ist der jetzt, äh... Oh, meine Kiste ist wieder da, meine Kisti. Wo ist denn jetzt... Wo sind denn die Scheiß-Festplatten jetzt alle? Da. Nein. Wo sind die Welten? In welcher Kiste hast du die Welten gepackt? Hä, diese Welten sind alle in der einen Kiste da. Wobei, die kleinen Welten weiß ich nicht, wo die sind. Das weiß ich aber auch nicht. Also die habe ich nicht. Die ist ja hier in der Biosphäre-Obsidian, da in dem Obsidian. Oh Gott, was haben wir da alles an Gegnern jetzt? Scheiße. Spitfire-Skeletten, Gatling-Skeletten. Da hast du ja richtig Spaß an den Backen, Emma. Ein Creeper, der stirbt mal eben zuerst. Ja, fliegt in die Luft, meine ich ja. So, Obsidian in die Festplatte, wo sie hingehört. Sugarcane laden. Also ich bin einfach Hunger halb weg, Leben halb weg, alles halb weg. Dirtkeeper weg. Hinter mir ist echt ein riesiges, böses Skelett. Ich bin einfach so am Arsch, ne? Ich schwöre, ich bin tot. Ja, und wir haben keinen Sugarcane. Das ist nicht gewachsen. Na toll. Das läuft ja hier. Das läuft ja. Ich bin wenigstens nochmal sicher. Ach, weil wir es nicht geladen haben, wächst es auch nicht, ne? Genau. Sag mal, gibt es hier auch Toastbrot wie in Agrarian Skies? Nein, die ganzen Harvest-Craft-Teile und so sind nicht mit dabei. Schade. Hör mal hier, du, unsere tolle Autofarm hier jetzt. Sieh mal zu, dass du auch mal ein bisschen was Produktives machst. Ich hab so viel Rüstungswert eigentlich und ich sterb einfach so schnell und ohne, dass ich was machen kann die ganze Zeit. Haben wir noch normalen Fertilizer, den ich anwenden kann, um das Getreide wachsen zu lassen. Musst du gucken, weiß ich nicht. Fertilizer. Ja, haben wir noch. Na, Kisti, was machst du denn da drüben? Hast du Spaß? Hast du Spaß? Ja, das war gar nicht so untraktisch, dass der Creeper da gerade hochgegangen ist. Aber welche Schwierigkeit spielen wir auf diesem Server eigentlich? Dass wir so schnell Hunger fliegen und alles immer. Das ist normal. Also ich hab nichts verändert. Der Server ist ja von denen eingestellt. Von denen. Achso. Ja, du bist den Christian so fertig. Das ist aber ganz normal. Also das ist wie in Vanilla halt. Echt? Ja. Was dumm ist, ich hab jetzt nicht mal meine Fackel, um die weiter auszuleuchten. Ja, ich komm jetzt. Ich hab noch 40 Fackeln. 30. Ja, wie willst du hier runterkommst, die Frage. Ach, ich wollte mir einen Hangglider bauen. Einen Doomcreeper, nein. Oh. Gott, er ist... Nein, Dirtcreeper, nein. Irgendwas, Creeper, nein. Du hast eine Creeperphobie, würde ich sagen. Hangglider. Come on. Oh Gott, da steht ein Creeper um die Ecke. Oh, damit hab ich gar nicht gerechnet. Hangglider, Gliderwings. Brauch ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Leather, wie viel Leather haben wir? Wir haben 11. Komm mal her, Kuh, komm. Ich weiß, dass du's willst. Willst du's doch auch, Kuh? Wir brauchen einen Autospawner für Kühe. Wär richtig toll. Ja, noch andere Ansprüche oder so? Nein, es sind nur drei Kühe da. Die ist auch noch ein Bossmonster als Creeper gespawnt. Was ist da denn falsch bei denen? Was? 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 Oh, da hatten wir noch Leder ganz zufällig. Boah, mir wird einfach nur diesen Spawner loswerden, aber es geht einfach nicht. Mach doch da Dings drauf. Ähm, Fackeln. Hehehe, ich muss erst mal hinkommen. Hehehe. Wir sollten NoDop unloaden. Gucken, was dann passiert. Das macht's nicht besser. Nicht? Ich fänd's gut. Ich geh einfach ne Fackel jetzt schnell hinsetzen, so. Gott, hier sind noch irgendwelche bösen Viecher, aber es sieht nicht schlecht aus. Es sieht nicht schlecht aus. Dirt Creeper. Spinne. Dirt Creeper stirbt. So. Jetzt stirbt auch. Ich hab die Fackel abgebaut. Also noch mehr Dirt Creeper. Nein. Nein. Nein, die kommt hier nicht mit rein und macht meine Umgebung kaputt, dass ich trinke. In Dirt. Ich hab deinen Feuerball zurückgeschlagen, dummes Vieh. Du könntest echt mal ein bisschen freundlicher mit den ganzen Tieren hier reden. Also ich weiß nicht. Nein, das ist ein Spitfire. Eine Spitted Fire. Achso. Ob diese Umgangssprache so gewollt ist. Hallo Kuh. Hier schon wieder nichts mehr. Kuh liebt. Die Richtung muss ich, glaub ich, raus, oder? Ja. Kuh liebt Kuh. Mach Kinder. Das ist hier gedroppt. Los, mach Kinder. Gut gemacht. Ich hab Ancien Boots of the Jerk bekommen. Und ein Kohle. Perfekt für neue Fackeln. Als hättest du gewusst, dass ich das brauche. Yes. Und ich habe ein Leder bekommen. Als wenn es gewusst hätte, dass ich nur noch ein Leder brauche. Schön. Und ich habe eine Godly Ancien Cap und Unworking. Zwei Protection, zwei und Last Stand, eins. Das wäre sogar gar nicht so ein dummes Teil. Wäre das nicht aus Gold und nicht aus Urikalkum. So wie mein cooler Helm. Kann ich grad per Pay to Win vielleicht irgendwas? Ich hab da noch Rewardbacks. Die öffne ich mal. Enderperlen helfen mir jetzt nicht so viel. Golden Egg auch nicht. Zum Bienen benutzen. Viecher. Wobei das Resident Ender und die Enderperlen sind zum Campen gar nicht so schlecht. Wenn ich grad drüber nachdenke. Wenn ich hier nämlich Resident Ender auskippe, müssten die Monster in andere Richtungen weggetransportiert werden. Sag mal. Weißt du noch? Letzte Folge hab ich mich drüber aufgeregt, dass wir 25.000 Dicks hatten, ne? Wie sind das jetzt 32.000 geworden? Ne, 32.000 war es auch das erste Mal, als ich geguckt hatte schon. Okay, gut. Ich dachte, ich wäre... Wie funktioniert so ein Wing-Gleider? Ich hab ihn noch nie benutzt. Rechtsklick drauf machen, dann faltet er sich aus und nochmal rechtsklick machen, dann ist er wieder zu. Äh, anders. Ah. So wieder ein Endboss-Creeper, aber der ist, glaub ich, grad in die Luft geflogen. Das ist ja cool. Noch drei Heavy-Ward-Bags und vier Clay, so. Wow, wow, wow. Wo bin ich hier runter geflogen? Wo bin ich hier runter geflogen? Hier war ja noch nie einer. Ah, fuck! Ich hab das nicht ausgerichtet, aber das ist eine so eine Stelle. Das wird mein Ende sein, das wird mein Ende sein. Das wird mein Ende sein. Das ist mein Ende. Das ist eine so eine Stelle, wo so ein bisschen Licht rauskommt. Ich mach den Weg nach hinten auf. Fuck, 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 fuck. Nein, ich bin tot. Oh fuck, ich bin auch tot. Fuck, fuck, fuck. Ich boh mich ein, ich boh mich ein, ich boh mich ein. Ich boh mich ein. No-Dop. Ja, ganz am Arsch der Welt. Ich dachte, hier wärst du drin gewesen, aber das war eine Fehlinterpretation. Nein, Enderman hat auch noch angegriffen. Nein, nein, Dirt Creeper, nein. Danke. Es läuft aber besser als erwartet. Ich sterbe hier die ganze Zeit noch nicht. Ich leb immer noch. Und ich krieg so immer mal wieder neue Items durch Essen und durch sowas, durch irgendwelche Monster. Oder einen Feuerbogen. Du bist irgendwie runtergesprungen, hast die mittlere Ebene ausgelassen, weißt du? Ich bin einfach ganz auf den Boden gesprungen. Ohne Tatsache. Bin direkt geblieben. Da hast du auch ausgeleuchtet. Da ist nämlich ein... Wow. Ein Chest. Du bist auch am Boden der Tatsachen. Aber hier rundherum ist halt noch alles... Ja, ich hab halt auch kaum Facken. Ich wollte halt die Spawner weghaben unten, weil die dachte, die sind am schlimmsten. Wo sind sie anscheinend? Es gibt anscheinend noch viel schlimmere Dinge. Über die ich jetzt nicht reden. Über die ich jetzt nicht reden möchte hier. Ich weiß halt auch nicht, wo noch alle Spawner sind. Irgendwo müssen ja noch viel mehr Spawner sein. Power Spitfire... Ich hab so einen Bogen von so einem Spitfire-Skeletten bekommen, welcher diese Gaskugeln schießt, glaube ich, oder? Ja. Schießt er mit Gaskugeln. Das ist krass. Ja, ganz toll. Ich werd mich grad mal nicht so viel reden, sondern deutlich mehr aufs Kämpfen konzentrieren müssen. Hallo, Noda. Kommst du hoch? Wo soll ich runterkommen? Du sollst runterkommen mit deinem Hangleiter und dann sind wir hier erstmal sicher. Okay. Oh, ein Creeper noch. Nein, 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 nein. Nein. Oh Gott. Lebst du noch? Ja, ich bin noch da. Alles gut, alles gut. Alles gut. Okay, komm, komm, hier hab ich meine Basis aufgebaut. Wo ist deine Base? Mein Basiscamp hier drinnen. Ich hab keine Fackeln mehr für das Ganze hier. Ja, ich hab dir doch extra hier Fackeln mitgebracht. Was ist denn hier hinter? Nimm. Da, ich hab dir Fackeln hingeworfen. Oh, das ist ein Gatling-Splett. Schnell. Ich kann das kaum töten, weil es schnell schießt. So. So. Fackeln. Mein Elemental ist auch voll wie sonst was. Was ist das denn hier? Wieso haben wir hier ein... Ah, hier ist ein Wireless Booster. Das ist das, wo wir hin müssen, wo die Wireless Booster halt sind. Oder zumindest einer. Ne, mehr, 16 Stück pro Teil. Wie baut man die ab? Einfach rausholen. Pickaxe. Nein, du musst mit Rechtsklick... Ja, aber lass doch die Dinger mitnehmen. Warum sollen wir die denn hier lassen? Gut, kannst du auch machen. Aber du musst halt für die Quest erstmal 100 Stück von diesen Teilen hier abgeben oder 200. Ach, hab ich ja schon. Was? So viel hast du... Ja. Nein. Muss man... Man muss 200 auf einmal im Inventar haben. Ich hab jetzt 128 gerade. Warte mal, warte mal. No Manu. Hast du denn jetzt genug im Inventar? Ja, gut. Dann kriegen wir ein Wireless Access Terminal her. Das ist super cool. Das heißt, dass man dann über WLAN... Entfernung darauf zugreifen kann. Aber dafür müssen doch genug von den Boostern rumrum stehen, oder nicht? Es muss einmal mit dem Teil in Verbindung gebracht worden sein. Und dann, umso mehr Booster du anschließt, umso besser. Äh, das wird dir nicht gefallen, aber guck mal nach oben. Oh, ein Access Terminal. Und ein Dark Reaver. Nein, warte, ich rede von dem Dark Reaver. Stirb! Wenn du da oben drauf gehst, ne, dann schlag ich dich kaputt. No, da ob du mal... Ziel Wasser ist aber auch heute nicht gesoffen, ne? Tot. Das Access Terminal. Da sind sogar Sachen drin, da ziemlich viele noch an... äh, Storage-Sachen und sowas. Storage Cluster und alles auch. Ist hier ein Drive irgendwo, oder wo ist das angeschlossen? Ich weiß nicht, hier liegen nur Kabel, und die gehen eigentlich ins Nichts. Ich baue sie jetzt mal ab. Hier ist, in der Mitte ist ein Power Relay. Äh, ein Kabel irgendwo ran? Hä? Ach, oben drauf geht das Kabel noch weiter. Ah. Versuch mal, dass ich die Festplatten rausbekomme. Mein Inventar ist halt so scheiße voll. Du hast noch eine Kiste. Ist auch schon voll. Das Access Terminal nehme ich mal mit. Die Fuzzy Storage Basses und alles auch. Was ist denn diese Fuzzy Storage Budgets? Ähm, das sind die besten Immo- und Export Basse. Zumindest Export Basse in diesem Sinne. Ach, das sind die Verbesserten, oder was? Ja. Wo du acht Items, glaube ich, drin haben kannst du auf einmal. Also acht verschiedene und, äh, stackweise auch transportieren kannst du. Diese Precious irgendwas. Dein Ernst? Aue. Was war da oben? Ganz viele Spinnen und ich will halt diese Drive haben, oder was auch immer da oben ist. Äh, ist das eine dicke Spinne? Ne, einfach nur Speed. Töde sie, ich töde sie. Tot. Äh, ja. Die springt mir noch auf den Kopf schön vorher. So, und hier oben geht es immer noch weiter. Hier ist noch mehr davon. Und Controller ist sie auch. Oh, geil. Power Relays. Geil. Die ist nochmal der ME-Chast mit der Festplatte, die nehme ich mal mit, die Festplatte. Ja, die werden wir, da ist wahrscheinlich wieder irgendwas Besonderes drin. Ja, nee, die Festplatte haben wir ja gerade schon gesehen, was alles drin ist. Was war denn eigentlich? Kontrolle können wir hier das? Die Energy Cells sind voll. Ich versuch mal, ob ich die abbauen kann. War da irgendwas Cooles drin oder war da nichts Cooles drin in der Kiste? Äh, Storage Sachen, um das zu verbessern. Also, so gesehen schon relativ coole Sachen eigentlich. Ich nehme mir die ganzen Energy Cubes mit, die brauchen wir später. Und nehme vor allen Dingen halt auch die, die Power Relays, was ist das denn? Ich weiß nicht, wofür die sind. Ich kenne mich hier mit Alpenlight Empties leider nicht so sehr aus, wie ich es gern würde, um ehrlich zu sein. Ich nehme sie mal mit. Ah, hier sind richtig viele Energy Cells und die sind alle noch voll mit 100% Energie. Ja, geil. Wir brauchen, ähm, ich meine, die können wir ja auch laden. Mehr als ein Stapel, komm mal bitte rein. Nein, ich habe ja meine Kiste hoffentlich. Hey, bis wohin geht denn das Ganze alles hier runter? Geht es wieder runter? Guck dir das an, wie viele Energy Cubes ich hier abgebaut habe. Ich bin jetzt auf dem Boden angekommen. Nehmen wir den ME-Conf... Wow. Nehmen wir den ME-Confroller mit oder nicht? Controller haben wir genug, den brauchst du nicht mitnehmen. Finde ich. Ja, aber der fühlt sich so einsam, wenn ich ihn nicht mitnehme. Ich habe gerade wirklich Essen weggeworfen, ich Idiot. Jetzt hat meine Kiste das aufgefressen. Naja, besser als nichts. Das sieht ein bisschen lustig aus da unten bei dir. Was haben wir hier noch für ein Erz? Zink? Zink? Wofür brauchen wir Zink? Okay, das sind, äh, knapp über 100, äh, Storage Buster. Äh, äh, Storage Energy Cells. Das ist doch Enderpern, damit kann ich mich doch jetzt bestimmt da hochporten, oder? Nein! Verschwende doch nicht die Enderperlen, du Idiot. Hat funktioniert. Dein Ernst? Ich würde jetzt gerne langsam wieder nach Hause, ich trau mich hier nicht mehr. Ich fühle mich unwohl. Ach. Sollten wir uns hier wieder runtergraben. Oh, oh, what you mean. Oder, ist ein Dirt Clipper, nein. Fick dich. Nein, nein, nein. Oh, eine Spinne, guckst du da her. Blödes Vieh. Da, 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 da. Wow! Eine Bossmonsterspinne, so tot. Babyzombie, der mit meiner Kiste um die Wette läuft. Vorm, die Spinnen springen von oben immer runter, beißen an einem und sterben dann direkt auf den Boden. Ja, ja. Ich bin dann auch mal runtergefallen, egal. Runter? Ja, ja, ich wollte eigentlich wo, ich wollte noch das Erzzeug mitnehmen. Was denn dieses Moos-Done hier sieht ja interessant aus. Digga, was bist du denn für eine Spinne? Giant Spider, so. Wo kommen wir denn jetzt wieder hoch? Hey, hast du hier, hast du die Kiste übersehen oder ist das dein Zeug? Das ist mein Zeug, das hab ich da alles reingelegt, weil ich nicht mehr weiterkomme. Guck dir das hier drüben an. Den Spawner ist schon abgebohrt, aber mehr hab ich nicht hinbekommen. Weil Spinnen, Spinnen, Spinnen. Ja, wie kriegen wir denn das Zeug dann raus hier noch? Einer müsste hoch und das Wireless Assess Terminal einrichten, dann können wir wiederkommen und alles hochkontaktieren. Ja, das Problem ist, ich könnte... Gib mir mal, ich hab ne Idee, gib mir mal deinen, äh, du hast Questpilot. Dann kriegst du doch auch so ein Wireless Assess Terminal, ne? Ja, klar. Ähm... Ich kann's nicht annehmen, sorry, ich kann nicht, kann die Quest jetzt nicht abgeben. Und wir sind schon bei 22 Minuten, oder? Ich hab 19. Was? 5, 6. Naja. Weißt du was, ich bau mich jetzt hier hoch, ich hab genug Dirt. Vielleicht sind in meinem Revoat-Backs irgendwie die coolen Sachen drin. 20 Kohle-Erz. Nein, ich wollte mich hochbauen, Mist. Kack, Spinnen. Ich weiß, ich hab einen viel cooleren Plan. Varkes. Nein! Nein! Nein, sterbe in der... Ich sterbe in dem Dirt, Alter. Boah. Baust ab, das Dirt, baust ab. Ja, ja, hab ich. So gerade, so gerade. So gerade. Schön. Wie kommen wir denn jetzt wieder raus? Ich bin fast oben. Du bist ein Arsch. Das bist du. Ich helf dir, ich geh kurz hoch, hol sachen, dann bring ich die wieder runter. Wir sollten die Folge vielleicht beendet und nächstes Mal weitermachen einfach. Nicht in... Nein, 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 nein. Boah. Gut, ihr Lieben. Nein, 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 nein. Das ist deine Abmoderation. Mach. Ich will hier noch heile raus irgendwie. Ja, ich bin ganz oben ankommt mit einer Enderperle. Nice. Gut, ich würde sagen, das war's für heute von Material Energy 3. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir eine Errettungsaktion starten für bei Louis, auch wirklich. Denn wir haben so gesehen alle Quests geschafft, die wir unten schaffen müssen. Und mit ordentlich Schmackes holen wir bei Louis da raus, hauen ihn da raus und... Das wäre ganz lieb von dir, ja. Aber erstmal möchte ich noch hier dann eine kleine Party feiern, weil er ist endlich weg. Boah, was ist das? Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, tschüss. Hau rein, tschüss. Hau rein, tschüss.